Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Es ist Freitag und somit wieder Zeit, ein bisschen auf den Chart und natürlich auch auf die aktuellsten News zu warten. Gleich vorneweg, es gibt immer noch kein Urteil, die Hinman-Dokumente haben nichts ausgesagt, beziehungsweise haben nicht das erhofft, was vielleicht gedacht wurde. Und XRP wird morgen nicht auf 500 Dollar gehen. Also, das kann ich euch schon mal vorneweg sagen und ja, den Rest werden wir uns jetzt im Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht erfahre ich jetzt wieder ganz viel Hate, aber ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall, ja, XRP bei 47 US-Dollar-Cent sehen wir möglicherweise jetzt endlich mal einen Impuls nach oben. Schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Ansonsten, Video gerne, ein Like da lassen, gerne einen Kommentar unten hinschreiben, was ihr denkt, wie XRP jetzt bis zur nächsten Woche möglicherweise aussieht, Bullish, Bearish. Gerne mit einem Kommentar unten versehen und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp., kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und noch eine kleine Anmerkung von mir, ein bisschen Eigenwerbung. Heute Mittag um 12 ist der neue Podcast rausgekommen, die neue Folge-Podcast. Schaut euch die gerne an, die ist hier noch nicht ersichtlich, weil ich das Video ein bisschen eher aufnehme, aber schaut euch die gerne an oder hört euch die gerne an, ist auf Apple und auf Spotify dann ersichtlich. Würden wir uns über eine positive Bewertung auf jeden Fall freuen. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Also, XRP seit letzter Woche ein bisschen enttäuschend, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Wir sehen hier den Bitcoin-Chart, der zwar auch ein bisschen seitwärts gelaufen ist, aber wenigstens nochmal ein bisschen Bewegung drin hatte, während XRP nicht wirklich viel gemacht hat. Also XRP eher nochmal diesen ehemaligen Downtrend nochmal getestet, wieder getestet, jetzt schon das dritte Mal. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt eine Mauer habt und da immer mehr darauf einschlagt, desto schwächer wird halt diese Zone. Und genau das ist eben gerade so ein bisschen die Befürchtung bei XRP, nachdem wir jetzt diesen Abtrend, den wir hier hatten, jetzt das erste Mal durchbrochen haben. Dafür wurde der Downtrend nochmal getestet. Und jetzt fehlen uns so ein bisschen, wenn wir hier ein bisschen ranzoomen, die Impulse. Also volumentechnisch sind wir hier deutlich zurückgegangen. Wir kriegen keine richtigen Impulse mehr, wir kriegen keine höheren Hochs, wir kriegen tiefere Tiefs. Zwar nur mit Wicks, aber jetzt auch hier dieser letzte Candle-Close, wenn ich euch das mal ganz kurz einzeichne, hier war der Close, da haben wir drunter geschlossen. Das war jetzt auch nicht wirklich so bullisch. Also man muss hier momentan mit Longs bei XRP sehr, sehr aufpassen. Natürlich die ganzen Altcoins derzeit ein bisschen angeschlagen. Trotzdem muss man hier extrem aufpassen mit Long-Positionen. Für mich deutet das langsam eher darauf hin, dass wir doch nochmal ein bisschen tiefer gehen. Und möglicherweise nicht nur dieses Tief hier drüben testen, sondern sogar nochmal hier unten dieses Void füllen. Also diesen Dock, den wir hier unten noch haben, dieses Void, diese Ineffizienz, je nachdem, wie ihr das eben nennen möchtet, dass wir diesen Bereich nochmal füllen. Das würde bedeuten, dass wir uns XRP nochmal bei 0,42 US-Dollar Cent sehen. Wie gesagt, die News-Impulse derzeit sind grauenhaft. Es gibt keine wirklichen News-Impulse, die uns jetzt irgendwie nach oben oder nach unten drücken könnten. Chart-technisch hingegen sieht es derzeit einfach nicht bullisch aus. Zu wenig Volumen, keine wirkliche Kaufkraft in den Sinne, was da reinkommt. Keine neuen News, die halt auch wirklich den Kurs mal ein bisschen pushen. Die Hinman-Dokumente wurde sehr, sehr viel Wert darauf gelegt. Zwei Wochen später oder drei Wochen, was es jetzt her ist, hat sich da auch nicht mehr so wirklich getan. Also man muss hier momentan derzeit echt aufpassen. Das XRP, und das können wir uns jetzt gerade mal auf dem Daily-Chart angucken. Ich weiß, das will keiner von euch hören, das will auch nicht ich unbedingt hören. Aber wir haben hier zumindest potenziell die Chance, eines Doppeltops hier auszubilden. Das vor allem auf den größeren Timeframes. Normalerweise achten wir hier immer so auf einen 4-Stunden-Timeframe mit solchen Doppeltops, weil einfach hier die Trendwende dann erkennbar ist. Aber wir haben es bei XRP nicht geschafft. Einerseits dieses Hoch hier oben damals bei den 0,54 US-Dollar Cent. Wir haben es nur angewickt, wir hatten keinen Close darüber. Das heißt, keine höheren Hochs, weiterhin tiefere Hochs. Und dann natürlich jetzt auch in diesem Korrektur-Modus wird es jetzt darauf ankommen, wie sich jetzt Ripple hier einfach hält. Und da sind wir einfach momentan auf Messerschneide. Ziehen wir uns das FIP-Level von unserem Tief bis zu unserem Hoch, sehen wir, okay, das Golden Pocket hält derzeit noch. Wir hatten nochmal einen perfekten Wig ins Golden Pocket, also beim 0,65er. Aber klar, Wig drunter, nicht schlimm, aber der Close war direkt im Golden Pocket. Und darauf kommt es an. Bricht jetzt dieser Bereich in den nächsten Tagen oder übers Wochenende wirklich nach unten, dann haben wir ein Problem. Und dann wäre der nächste Step hier mindestens die 0,42,50. Das wäre der erste Ankerpunkt. Und sobald das dann wirklich bricht, also auch dieser Bereich hier, wenn wir hier keinen schönen Impuls dann mit einer langfristigen Trendwende nach oben hinkriegen, dann sieht es bearish aus und dann können wir einfach hier nochmal runtergehen bis auf knapp 0,36 US-Dollar Cent. Wir schauen uns mal ganz kurz nochmal das Preisziel an. Also wir gehen das Ganze hier ein bisschen optimistischer an. Wir ziehen es jetzt nicht gerade vom Top und ziehen das hier auf den Breakout-Punkt. Und dann seht ihr auch, okay, von diesem Doppeltop und natürlich auch von diesem Symmetrical Triangle würde das Preisziel auch eben bei diesen 0,36 US-Dollar Cent circa liegen. Und genau hier, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen näher ranzoomen, sehen wir auch, okay, hier ist die meiste Liquidität reingekommen. Genau hier in diesem Daily Order Block, der wird dann interessant werden. Also XRP derzeit, Aufmesser schneide, wir müssen das Golden Pocket halten, bricht das Golden Pocket nachhaltig, auf dem Daily auch, dann sieht es wirklich übel aus für XRP. Und zu den News, ich habe nichts Wirkliches gefunden, bis auf diesen kleinen Artikel, dass halt die Dokumente oder das eine kleine Diskussion war, ob Ripple beim Umgang mit Influencern zur Werbung für XRP nicht die Grenzen überschritten hat. Denn Dokumente von 2007 zeigen, wie hoch zur Ripple-CEO Brad Gerlinghaus am Marketingstreit der Regien für XRP unter Einbezug von Influencern gefeilt wurde. Also hier wurde massiv durch Influencer, und das sieht man ja immer noch, dass hier massiv Werbung im Endeffekt für XRP geschalten wird, beziehungsweise gemacht wurde. Aber gut, andere Beobachter weisen darauf hin, dass Influencern schon immer von Krypto-Projekten für ihre Zwecke eingespannt würden und Ripple somit keinen Sonderfall darstellt. Das stimmt natürlich auch, aber das andere auch. Also ein bisschen hier Zwiegelspalten und auch wegen den Rückkäufen und so war jetzt auch nicht so wirklich geil. Aber anders ist es auch wieder ein bisschen positiv. Warnung wollte ich euch nur mal vorlegen. Also wie gesagt, richtige News gibt es derzeit nicht. Ripple derzeit nicht hammerbullish. Also wirklich, wirklich vorsichtig sein mit Longs, eher sogar ein bisschen Short-Einstiege suchen. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Like da lassen, Kommentar unten reinschreiben, gerne Telegram-Gruppe joinen und gerne den Podcast anhören. Das war es von mir. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche dann wieder zum XRP-Update-Video. Ansonsten morgen wieder auf ein normales Bitcoin-Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Wünsche euch ein, ach ja, schönes Wochenende schon mal von meiner Seite. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.